So, jetzt sind wir ganz oben auf dem obersten Deck. Zwei Stockwerke unter uns ist der Käpt'n. Wir stehen jetzt hier genau in der Mitte, haben hier zwei Infinity-Pools. Hier herunten sind die Suiten. Und hier fahren wir jetzt schön entlang. Da ist die Spitze. Der Sonne entgegen. Und hier sehen wir die schönen Boots. Und da kann man schön draußen gehen und kann es auch richtig gut gehen lassen. Also rein mit euch. Schade.